lol wir haben aber ein bisschen gefilmt rank 1 2 3 7 voll gut was in meinem team in meinem team wir sind 1 2 3 7 also wer sind drei kind suche und wer sieben ach so ex das ist ein challenger war es utp das ist kein platin spieler das ist ein challenger war es utp das ist kein platin spieler das muss aber die lehrer entweder ich kann mir vorstellen dass die beiden hier ein bisschen ich finde das so interessant dass nehmen sie es nicht nach seiner rolle fragt das macht das ist das ist das ist Ich habe die Invaders. Okay. Oh, this let me drop. Hold on. Oh, my. I got it. I got it. I got it. Whatever. Whatever. Did it ever explode it? Okay. Wow. Ah. I got it. Ma. also ich so schwach bin uns geben sieht sehr gewonnen aus wenn wir botle in der head kommen hier Das war's für heute. Ich hab gepinkt, dass er dann... Ich hab halt so gepinkt, als er dann hundertprozentig da war, ne? Aber natürlich kann der einfach seinen Farb ignorieren. Ich muss sagen, Topline läuft actually wunderbar. Das war's für heute. 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 Das hat mir einfach geholfen. Vielleicht habe ich den Suche gerade geintet, ne? Weil ich hätte genauso gut Bottle Mitter sein können. Oh, das ist actually terrible. Das war's für heute. Vielleicht ist mir ein Absterbrett. Oh no. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hätte auf die Wewe warten können, ne? Ah. Honestly, wir hätten aber basen sollen, wenn der beide Summoners hat. Ist so schwer zu töten. Mit einem Flash kommt der raus, mit dem nächsten kommt der... Also mit dem nächsten Ghost kommt der auch wieder raus. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll, ne? Ich bin leider schon zu hart geintet, I think. Aber ich bin nicht mehr so weit. Ich bin jetzt nicht riesig. Ich bin nicht wieder der Scha that core. Ich habe jetzt den Schaaf. Ich bin nur noch mal. Ich habe die Schaaf. Ich habe die Schaaf. Ich bin noch mal. Ich habe immer noch mal die Schnaaf. Ich habe die Schaaf. Ich bin noch mal die Schaaf. Ich habe mich berichtet. Das war's für heute. Das waren jetzt gerade zwei sehr gute und wichtige Kills. Oh, bitte sag mal du. Wow, süß. Ich glaube, das war's. Okay, ich glaube, das war's. Ich glaube, irgendwann. Ich glaube, das war's. Ich bin klar, ich bin klar. Das war's für heute. Wenn Ash kein Flasher hat, dann ist sie... Kind of easy to kill She had ult? No? WTF? Ich hab gesagt, ich hab keine Wurz We gotta get aced WTF? Oder ist sie legit? Er hat die einfach 20 Sekunden cooldown WTF? 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 So wie das gerade ausgesehen hat, keine Heimbedingern, die diese Ash nicht protecten, ne? WTF? 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 WTC WTF? Was ist das? mh 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 hey wir haben die blau also ich glaube wir haben die auszählt mit dem ist so viel besser als deren wenn ich jetzt wirklich von volles rabatton jetzt so was mir gesagt und so und 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 auch noch ein kill die beste so lieb ich habe ihn mit ihm ich habe ihn mit ihm ich habe ihn mit ihm Da wird jetzt gleich ein Error kommen, ne? Ich glaube, das ist ein Lich-Bang-Game für uns sogar. Du weißt jetzt bitte für ein scheiß Lead. Please. Das Serbshield war, by the way, komplett insane, oder? Das hätte ich ihn einfach direkt gerettet. Also, sie ult. Ich glaube, das ist ein Lich-Bang. Ich glaube, das ist ein Lich-Bang. Wir wissen beide, wo das endet, oder? Er muss links lang gehen. Ich muss zum Penguin lang gehen. Er ist ja oben? Oh, die Fänge nicht. Dich nehme ich auch. Dich nehme ich auch. Dich nehme ich auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war die längste Chase, die jemals existiert hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, wir töten mal den Exit-Plan-Set hier nach unten. dein Team hat es vernünftelt. dein Team hat die Kräte verbunden. dein Team hat die Kräte verbunden. heart as poink. a summer has disconnected. victorie. ah. he 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 he. He 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 h. jeden Meter auskaufen sollen in dieser Runde. Push it, push it, push it. Ich finde, das ist Matchmaking fair. Diese Runde nicht, nee. Diese Runde war für schon nicht fair. Ich schicke, ich hätte keine Suche genommen, dass der, also der legit 1 gegen, boah, plus 23 auch noch. Also Riot denkt, das war unfair, aber für die, also für uns, ich kriege keine 23. Aber anscheinend wahrscheinlich, weil Nemesis gefillt war und von denen war, glaube ich, niemand gefillt, ne? Aber ich glaube, die Spielerqualität ist noch ein bisschen höher bei uns. Leute, der Darius ist nicht Platy. Hört auf, das zu sagen. Der Darius ist ein 1000 LP Challenger Toplane OTP.